So. Alter, Triebel, das ist wie oft, hab ich dir die Scheiße schon gesagt. Einfach nicht ins Wort fallen. Und heute haben wir wieder unseren geilen Gast, Luis L.P. dabei. Ja, was soll ich wohl sagen? Ich bin hier wieder mit bei. Ich hab jetzt... Ich würd jetzt auch mal aufnehmen und so. Na, ich hab noch... Also, der zeigt mir hier nochmal alles bei Giants hier. Und ich sprich grad irgendwie wie der Gomme hatte. Leid in Gomme. Leid in Gomme. Ja. Wir werden bald unser Aufnahmezentrum, sag ich mal so, unser Studio regenerieren. Also mit Kamera, also mit richtiger... Und dann wird das halt besser sein. Und wir waren hier. Und schmuck mal kurz. Ja. Ähm... Okay, wir waren hier bei Spaziergang im Park. Heute machen wir Westgerland. Mir ist auch was aufgefallen. Manchmal hat er auch nicht Tschüss gesagt oder so. Jetzt beim Part am Ende. Ja. Das ist euch auch aufgefallen? Bestimmt ja, aber das ist ja nicht so schlimm, ey. Ist ja egal. Und wir haben mal wieder Minecraft gespielt. Und das war so übel. Wir waren in der Hölle. Haben wir so einen Gast. So einen Gast, ja. Und wir haben die so eine, so eine, so eine, so eine... Äh, äh, spuckt ja immer solche, solche Kugeln aus. Ja, und die hat er halt fünfmal so schnell ausgespuckt. Ja, und gerade, was ich ohne Luis hier gemacht hab. Haben die alles zurückgeschossen. Ja, so Hammer. Aber der hatte ja auch irgendwie 50, 40 Leben. Und der hieß Ghast Queen. Wirklich Ghast Queen? Ja. Ja. Ich hatte den Mod, also ich hatte den Mod drin, wo man Leben sieht. Warum hattest du den nicht drin? Bestimmt hattest du, ähm, dass die Leben angezeigt werden aus. Stimmt. Weil ich hab mir erst mal geholt. Levin ist ein Pädo. Hättest du dich noch für Pädo, Mann? Der mag dich nicht. Ja, bis dein Baby ist auch. Du bist ja schon Max, Levin. Du bist ja schon Level 15. Also auf Level 15 geht's nicht mehr weiter. Ja. Naja. Bei PS3 ist es so, bei Level 20 geht's nicht weiter. Achso. Du lernst mir übelst was bei, Alter. Ich dachte schon die ganze Zeit, ich werd nicht Level up. Ach, fick dich. Ich werd nicht Level up, Alter. Jetzt hab ich gerade irgendwas geworfen. Hä? So. Also ich dachte so. Das ist das Max-Level. Naja, Skylander ist auch nicht so ein langes Spiel. Deswegen ja auch. Also ich, aber ich hab, ich merk die ganze Zeit, dass wir... Aber warum war die Ghast Queen drin, obwohl wir keinen Mod hatten? War echt komisch. Hör dir mal die chillige Musik rein, Alter. Ja. Die ist auch verloll irgendwie. War ich pedo-mäßig? Nicht aus. Pedo, pedo. Also, wie ihr schon wusstet, wir haben, wir haben schon mal erlebt, dass es bei Minecraft solche, ähm, solche, ähm, solche, ähm, so einen riesigen Wizard gibt. Der war riesig, heißt. Der, der war bis über 50 Blöcke oder so, oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig riesig. Das konnten wir nicht, ähm, aufnehmen, weil da hat's ganz schön gelegt, als wir den gespawnt hatten. Stimmt's? Yep. Leute, guck mal, wie das bei mir wirkt. Ich ziehe das. Ich mach mal, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das hat passt. Hattest du einen Mod drin, mit der Ghast Queen? Wie, äh, wie heißt der, wie heißt denn der Mod? Ja, der, der heißt, heißt der, heißt der, heißt der Clashament? Ähm, nein, ich weiß nicht, wie der heißt, also, ich glaub, dass dieser, dieser, also, wir haben auch einen, ähm, Twilight Forest Mod. Die haben schon die Urghast besiegt. Der war hardcore, also, der war nicht so hardcore. Aber er hatte alles aus der Kiste rausgelootet. Alter, die Musik kriegt grad langsam auf. Hoppilo. Entschuldigt, wieso die Musik da so laut ist. Ähm, wir könnten reinstehen. Jetzt wird's besser sein, bestimmt. Ja, weil die Musik nervt irgendwie. Also, für die, die dies grad sehen und diese Musik gefällt. Der war im Zug. Also, bestimmt musst du da ausweichen, dem Team. Oder einsteigen. Äh, äh, äh. Wie willst du da reinsteigen? Hm, keine Ahnung. Genau, lass den da mal stehen. Dann ist er so auf der Schiene und wird überfahren. Bam. Haha. Herr Lockergang. Hä? Nein. Ich will hier, das Reste. Ich will auch reinsteigen. Ich schlag jetzt ein. Ach, geht schon irgendwie nicht. Schade. Wo ich von der Seite reinsteige und... Die... Was? Ich fand's... Los! Eigentlich müsste die Gasqueen ja noch schneller schießen, gell? Alter, was ist denn der Scheißkamera, Alter? Also... Eigentlich müsste die Gasqueen schneller schießen, weil... Das war ja saulahm. Und wir haben die immer mal mit einem Schlag getötet. Wir beide mit nem enchanteten Bogen Stärke 5. Äh, meins war aber nur Stärke 3. Hä? Meiner war für Stärke 5. Ein... Ja, stimmt. Ähm... Ja, das war wie diesen komischen anderen Typen, wie sie krank. Dieser Gas... Diese Gasqueen. Ja, da war's... Da war's meins noch auf 3, aber hier ist es auch... Aber ja, ähm... Hat... Haben wir den mit nem One-Hit gekillt. One-Hit... Ihm... Alter... Ich lau... Aber ich hab ja auch mit dem Schwert draufgehauen. Mit dem Diamantschwert Schärfe... Schärfe 3. Ach so, doch. Also... Ja, ja, okay. Jetzt weiß ich. Ich bin grad... Du warst vergesslich in dieser Kamera. Also scheiße, vergess nicht. Also Entschuldigung in dieser Sch... Läden mit der Kamera, Alter. Wie die mich aufregt. Okay. Ah, das ist... So ein Plakat. Jetzt müssen wir ran. Run. Ach, egal. Vielleicht hört ihr uns ja eigentlich noch besser. Beim ersten Part hast du so leise gesprochen. Ja, ja. Das ist halt wegen Leiche Gommel. Leiche Gommel? Leiche Gommel. Ach so. Ja. Leiche Gommel. Leiche Gommel, Adi. Also... Aber ich vergesse nicht meinen Spruch am Ende. Welchen? Ach so, ja. Ich muss sagen, okay? Ich musste grad... Ich überrasche euch dann mit einem Endspruch. Ey, wollen wir den zusammensagen? Ja. Ich hab ihn vergessen. Dann nochmal. Hast du ihn jetzt? Ja. Okay. Na, Alter, dieses... Der wird echt schwer. Jump'n'Run regt so übelst aus. Ich bin nicht so ein guter in Jump'n'Run. Ich schon. Ihr könnt vielleicht mal einen Corncrofter fragen, ob er gut ist. Also er hat mir... Feste behalten muss bleiben. Ja, das ist gut. Leiche Gommel, Adi. Wie lange dauern diese Level eigentlich so? Ungefähr eigentlich... Sag ich mal so 10 Minuten. Ja, 10 Minuten. Das reicht ja. Ich fühle so ein hässiger Penis. Ich hab'n... Die schon zu diesem Stock ist alle weg. Tja, vielleicht habt ihr schon die Folge mit seinem Bosskampf da gesehen. Ich hab'n... Ich war da noch nicht mit bei, wie ihr wusstet. Müsst einfach nochmal die erste Folge anschauen, dann wisst ihr, ob ich da da war oder nicht. Du hast gerade eben gesagt, dass du eh nicht da warst. Ja, aber falls sie es nicht glauben, dann können sie es halt nochmal gucken, meine ich jetzt. Halt nochmal ein bisschen fest, wie gerade eben. Und fest verhalten, bis der Part zu Ende ist. Zum Einslasten. Und nicht wackeln. Wow, Alter, was ist denn die Scheiße? Keine Ahnung. Du weißt schon, wie man noch aufs. Ja, ja. Das rutscht dir immer weg. In der schweinen Kamera. Ah, jetzt geht's, oder? Geht gut. Wow, Hammer, Hammer, Hammer. Vielleicht werden wir auch mal wieder Hunger Games spielen zusammen. Diesmal mit Aufnahmen. Alter, das habt ihr gerade eben gesehen, wie weit ich gerade von der Kante da... Ich hab's auch gesehen. Also dafür muss es einen Abonnenten wirklich geben, Alter. Also ohne Witz, ey. Oder wenigstens ein Like. Also... Was euch aufgefallen ist, er darf nicht mehr so viel Geld bei Skylander sammeln. Weil sonst kriegst du weniger Freunde. Ja. Mehr Geld. Ja, das war halt so ein Spruch. Ja. Ja. Endlich ist das Level fertig. Okay. Okay. Ah, nee, noch nicht. Ja, egal. Ja, ja, komm. Hier ist ja halt unser Louis & P ist ja schon so einer. Ja, aber wir warten erst mal noch beim Titel. Bis zum Titel. Okay, dann tschüss mit Ö. �. Äh. Ja, ich hab glaube, ich hab es schon so einer.